Aber Potenzialentfaltung ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens möglich. Zu jedem Zeitpunkt des Lebens, das ist die frohe Botschaft aus der Hirnforschung, kann man sich da oben die Vernetzungen, mit denen man bisher herumgewurschtelt ist, auch nochmal neu bauen. Aber man müsste wissen wofür und man müsste wissen warum. Und man müsste verstanden haben, dass man bisher sozusagen ein Suchender gewesen ist und irregeleitet worden ist. Nicht von irgendjemandem, sondern von einem System, in dem man groß geworden ist. Und dieses System, in dem es immer wieder darum geht, dass man Menschen einredet, es ließe sich nichts ändern an dem, wie es ist, bis die das am Ende auch noch glauben und von sich selbst davon überzeugt sind, dass es nicht geht. Dieses System heißt die hierarchische Ordnungsstruktur.